Hey Spieler, wir nennen das jetzt erstmal ganz kurz um. Mach doch schneller, Kalle, du bist so langsam, weißt du das? So langsam? So, okay, pass auf. Drei, zwei, eins. Mach doch hin, äh. Jetzt elf, ich muss das noch hier, zack, so. Jetzt bin ich bereit. Drei, zwei, eins. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Titan 2 mit dem Kalle HD. Genau, und damit ein, hey, hey, halli Leute an meine Zuschauer, willkommen zurück zu Titan 2. Wir haben in dieser Folge, was haben wir geplant, Kalle? Achtung, was haben wir geplant? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir brauchen Dias, wir brauchen Dias, so, sneaken. Wir brauchen eindeutig Dias, damit wir für Kalle auch jetzt die Titan Rüstung machen können. Das war ne... Guck mal hier, gleich Gold. Okay, pass auf. Du musst immer, immer hier alles freikloppen, so. So, wir, wir... Allein auf dem Server. Jaja, wir spezialieren, spezialisieren uns jetzt einfach nur noch auf die Jagd nach Diamanten, ne? Äh, Titan sollte so zwischendurch auch auftauchen, aber... Weißt du, was wir vergessen haben? Was? Weißt du noch, in der Folge, wo wir die, äh, wo du die Schlucht gefunden hast? Ja. In der sind wir gar nicht reingegangen. Stimmt. Ja, aber jetzt das Zurückgehen und wiederfinden... Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo die ist. Ja, also gut. Dann hat sich das erledigt, so. Das ist aber auch mal, ne? Wir hätten da bestimmt fünf Dias oder so gefunden. Na, Mist, Mist, Mist. Ja, 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 gut, aber, äh, alles soweit in Ordnung bis jetzt. So. Ich, du musst immer hier, immer zwei freilassen und dann beides... Ja, ich baue erstmal den Gang und dann komme ich zurück. Okay, gut. Ne, weil du das letzte Mal, äh, immer nur die obere Schicht, äh, freigekloppt hast. Ja, ja, ich weiß. Sind wir denn auf der richtigen Höhe? Weiß es nicht. Ich gucke kurz. Äh, jetzt doch... Oh, sneaken, sneaken, sneaken. Fuck. Fuck, sneaker. Verdammte Kacke. Ich sneaker. Komm zu dir, Basti. Scheiße. Die dürften aber nicht bei uns sein. Weiß es nicht. Sind das nicht die beiden? Die waren doch letztes Mal schon auf dem Server, weil wir hier irgendwo waren und, ne? Ne, 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 das waren nur Dob und Halbzwilling. Verdammt, werden wir jetzt verfolgt? Ich wollte gerade sagen, Alter, wer baut hier ab, Alter? Ne, das kann nicht sein. Wir sind, äh, nicht aktuell. Vielleicht haben die unsere Koordinaten, äh, geschnüffelt, äh, aus einer der letzten Folgen oder so. Äh... Das suchen die uns auch einfach, weil sie jetzt auf die letzten Folgen denken. Vielleicht sind wir hier noch, weil wir ja die letzten Folgen immer so in der Nähe immer... Trotzdem jetzt gesneakt bleiben. Ich bleib definitiv gesneakt. Ich baue hier gerade auf jeden Fall schön ab. Und immer hin und her gucken. Okay? Die können uns nicht gefunden haben. Das geht einfach nicht. Wo bist du, Kalle? Ich bin ganz hinten im Gang. Okay. Das geht nicht. Die können uns nicht... Fuck, Mann. Mir sind die, äh... Mir ist die Eisenspitzhacke ausgegangen. Warte mal, ich komme mal zu dir nach hinten. Ja. Oh, Mann. Ich habe Angst, Kalle. Das ist... Angst einfach. Ich will nicht wieder rumschreien müssen. So, Achtung. Ich stelle mich mal hier in die Ecke. Und mach mir... Hast du eine Workbench? Oder... Platzier mal bitte Ofen. Platzier mal bitte einen Ofen. Ja, warte, warte. Dann muss ich aber ganz kurz insnaken, ne? Ja, mach schnell. Ja, warte. Ich mache das hier in die Ecke. Ist alles gut, Kalle. Wir sind safe soweit. Fuck, Mann. Weg da, geh weg da. Ja, 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 okay. Jetzt platzier doch. So, okay. Pass auf. Ich, ähm, schmeiße kurz das Eisen. Fuck, ich habe kein Eisen. Du müsstest das Eisen haben. Ich habe dir das letzte Mal das Ganze... Oh, warte. Habe ich da hinten einen Namen gesehen? Nee. Nee, bitte nicht. Nee, ey. Bitte nicht. Hast du das Eisen noch? Ich müsste... Ich will jetzt nicht insnaken. Wenn du jetzt wirklich einen Namen gesehen hast... Ah, ich brauche eine Spitzhacke, Mensch. Ja, warte. Pass auf, Basti. Basti, wo bist du? Hier. In meiner. Ja, und was machst du? Mach mir jetzt einfach eine neue. Hä, ich hätte mir doch auch eine neue machen können. Egal. Ich kam jetzt... Du kannst weitermachen. Ich kam jetzt kurz rum. Gucke nach Eisen. Okay. Ich habe ne... Ey, Mann. Warum suchen die uns? Die suchen uns 100 Pro. Die werden... Oder sie sind zufällig reingejoint. Aber das glaube ich am wenigsten. Das wissen wir jetzt natürlich nicht, ne? Das können wir jetzt echt nicht wissen. Und nachfragen würde ich auch nicht. Weil auch wenn, die würden es nicht sagen. Pff, YOLO. Ich weiß nicht. Sollen wir es mal fragen? Fragen schadet ja nicht. Ja, es schadet nicht. Aber die Sache ist halt... Auch wenn sie uns suchen, ne? Dann wissen sie, dass wir Angst haben. Oder dass wir auf der Hut sind. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist natürlich jetzt echt ne brisante Situation. Ich mach mir kurz... Achtung. Ich guck jetzt mal kurz nicht hinter mir. Ich mach jetzt kurz ne Spitzhacke. Ja, mach einfach schnell. So. Gemacht. So, hier ist Eisen. Ja, nimm das mal mit. Weil ich hab kein Eisen mehr. Weil mein Eisen ist jetzt komplett im Ofen. Wir haben 10 Stück oder so. Okay, chill kurz. Warte. Hab alles Eisen mitgenommen. So. Sauber. Zack, zack. Okay. Aber wie gesagt, ich kann... Wir wissen... Das ist halt immer das Problem. Wir wissen halt nicht, was jetzt Sache ist, ne? Aber naja, das macht's... Und, ähm, dass wir nicht kämpfen, äh, das kann uns keiner vorwerfen. Weil wir hatten alles verloren und müssten nochmal von vorne anfangen. Von daher, äh... Und ich seh es nicht ein, mit nem Holzschwert in den Kampf zu gehen. Oder? Äh, ich meine, wir hätten auch respawnen können in den Tag und hätten nochmal auf die Balletzeuge, aber es hätte nichts gebracht. Das wäre sinnlos gewesen. Eben. Und so, es ist ja auch... PvP ist ja nicht nur... Ich meine, wir sind zwar nicht die Pros, aber trotzdem versuchen wir ein bisschen taktisch vorzugehen, sodass wir uns ein bisschen wehren können und damit das ein GG auch gerechtfertigt ist, auch vom Gegner, die uns getötet haben. Weil wenn wir da einfach so low-equipped sind, dann ist das auch kein GG. Das ist kein GG. Ey, es gibt hier keinerlei... Es gibt hier keinerlei Diamanten. Ich raste aus. Ich finde auch keine. Das finde ich irgendwie schade. Also ich zum Beispiel, ich schreibe zum Beispiel GG, wenn ich gegen jemanden kämpfe, der einfach nicht kämpft oder low-equipped ist, weil wo ich einfach weiß, ja, ich hab da definitiv die Chance, auch als PvP-Noob. Dann schreibe ich nicht GG, so weit, sondern deswegen. Also wir müssen ja auch den Gegnern irgendwie was bieten und müssen die Stirn bieten. So macht's auch beiderlei Parteien Spaß. Kalle, ich entsneak mich jetzt und mach mir noch eine Eisenspitzhacke, okay? Okay. So, so. Und... Zack, zack. Ich wollte gerade sagen, hab ich da... Aber nee, das war das Stein, ey. Und ich hab wieder Eisen reingemacht in den Ofen. Super, ich baue jetzt hier hinten, wo das leuchtet... Ich hab Zitrin gefunden, aber Zitrin brauchen wir nicht mehr, ne? Äh, ich glaube nicht. Ich baue jetzt hier durch für den nächsten... Oh, ich hab eine Höhle gefunden, glaube ich. Wasser. Ja? Ja. Gut, warte, dann komm ich mal zu dir. Oh, Stein! Sollen wir zusammen in die Höhle rein? Warte, ich guck gerade, ob das eine Höhle ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab auf jeden Fall ein Wasserbecken, aber es müsste eigentlich eine Höhle sein. Oh, nee, das ist, glaube ich, nur unter Wasserbecken, nur. Ja, ist nur ein Unterwasserbecken, aber vielleicht ist hier eine Höhle in der Nähe. Ja, wir kommen ja aus einem Höhlen-System raus. Ey, okay, diese Folge, die haben wir echt Pech, muss ich sagen. Oder? Leicht, leicht, ja. Viel, würde ich sagen. Ich meine, wir haben jede Folge, haben wir Titan und Dias gefunden. Diese Folge noch überhaupt nichts. Also Eisen auf jeden Fall, aber damit kommen wir nicht zu weit. Wow, Eisen, Kalle. Wow. Wow. Das nützt uns gar nichts. Ich glaube, ich habe eine Idee, Basti. Was? Wir bauen jetzt hier einen neuen Strip-Mining-Gang. Wo bist du? Hier, hier hinten, da, genau. Okay. Nimmst du mal den Ofen und alles mit? Okay, warte, ich hole den Ofen. Super. Ich bin jetzt End-Sneaker, gell? Ja. Warte, ich drehe mich oben, falls ein Name kommt und ich zurückrennen kann. Aber ich sehe nichts, ich sehe nur deinen Namen. Okay, das ist gut. So. Und... Oh, Mann, ey. Weil ich irgendwie so jetzt nach der Zeit nicht verstrichen ist, glaube ich nicht ganz so, dass sie uns nachjoinen, oder? Nee, nee, nee. Ich glaube auch nicht, dass sie uns nachgejoint sind. Mittlerweile nicht mehr. Weil ich bin trotzdem lieber vorsichtig. Weil nicht, dass sie da zufällig bei uns in der Nähe sind. Weil, ihr habt zum Beispiel geschrieben bekommen in den Kommentaren unter dem letzten Video, dass die Buddies dort sind, wo wir jetzt gerade sind. Was? Nein. Dass sie da waren oder sowas. Bitte nicht. Wo wir in der Folge 7 waren. Äh, 8. Lass die bitte nicht hier sein, ey. Also in der Folge von gestern. Äh, vorgestern im Endeffekt. Für uns. Für die... Ach, Leute. Wir produzieren davor. Also nicht wundern, was für ein Schwachsinn wir hier labern. Nee, nicht die Folge, die heute kam, Basti, sondern die Folge davor. Da hat jemand geschrieben, dass da die Buddies waren. Also auch in dem Höhlensystem. Dass sie da waren. Gut, die waren aber natürlich dort, bevor sie uns gekillt haben. Welche Höhe sind wir, Kalle? Immer... Eigentlich müssten wir immer noch 11 sein. Ich gucke kurz. Moment. Äh, 12. Also einen runter. Ich sag jetzt da dahin, das sind Diamanten. Ah, nee. Schadet auch nicht. War nur Kohle. X-Ray hat gespunnen. Hier ist Lava. Das ist gut. Oh ja, das sieht aus wie eine Höhle. Vor allem, wo Lava ist, sind auch meist immer Diamanten, ne? Ist so. Warte, ich komm zu dir. Pass auf, dass du nicht reinfällst. Ich mach mal hier vorne so... Ich kann auch Wasser drüber machen. Denk dran, wir kommen auch aus einer Höhle. Also kann es sein, dass wir hier vielleicht schon mal waren. Das dürfte nicht die sein, weil unsere Höhle ist da hinten irgendwo. Okay, Achtung. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier kurz runter. Ne, hier haben wir Pech. Ja, warte kurz. Ich will es testen wenigstens. Oh, hier geht es weiter. Aber hier ist Kobbel. Ich platziere mal hier kurz ein... Hast du gehört? Hier ist Kobbel schon gewesen. Hinter der Wand. Das ist... Ja, und? Hä, was? Echt? Ja, hier. Hier unten, wo wir gerade waren. Komm mal her. Da war Kobbel. Hier ist Kobbel komplett gebaut. Hier. Oh, Sneaken. Trotzdem. Umgucken. Umgucken. Ja, dann waren wir hier vielleicht schon. Glaube ich nicht von uns, oder? Das könnte doch sein. Doch, ich glaube, ich habe hier an der Stelle, habe ich Titan gefunden gehabt. Da. Glaube ich. Wir laufen jetzt nicht wieder dasselbe Ding ab. Komm. Ja, lass hier hinten lang gehen, wo ich bin. Warte mal. Guck mal hier. Wo bist du? Wo es hier lang geht. Hier. Aber da gehen wir jetzt wieder in die Richtung zurück, wo wir gerade herkommen. Ja, aber hier ist noch Lava. Ganz viel. Dann einfach mal hier reingraben, gucken. Wir brauchen verdammt nochmal Dias. Taktischer wäre jetzt, wenn wir jetzt von hier weiter weggehen, wo wir jetzt, weil wir bauen jetzt uns wieder hin und her, wo wir herkommen. Komm mal mit. Taktischer wäre jetzt, wenn wir wegbauen, wo wir jetzt nicht herkommen. Und zwar kommen wir von da hinten. Dann würde ich sagen, dass wir hier... Warte, wo habe ich denn den Ofen aufgestellt. Du hast den Ofen aufgestellt? Ja, ja, aber das war hier hinten. Da, weil ich Essen brauche. So. Oh Mann, ey. So, und zack. Und abbauen. Und die Kugeln. Nimm mit. So, hier lang. Komm mit. Oder da runter. Ja, hier runter. Komm mit. Oh, da hinten ist was Blaues. Oder ist es Titan? Ne, es ist Lapis. Ach, das ist die Schlucht, Kalle. Hier. Guck, wir gehen jetzt die Schlucht entlang. Und zwar in die Richtung. Nice, ey, haben wir jetzt. Stimmt. Ich glaube, das stimmt. Das ist, glaube ich, echt alter cool. Okay, Lapis haben wir noch genug. Also da brauchen wir jetzt nicht. Ja, ja. Stell hinter uns Fackeln auf. Ja, okay, mache ich. Weil, obwohl, nee, jetzt ist es gerade noch. So. Aber ich würde mich jetzt nicht so lange hier aufhalten, Basti. Ich würde jetzt langsam weggehen, damit wir wieder ein bisschen mehr safe sind auf jeden Fall. Ja, ja. Wir haben jetzt doch, wenn eine Minute kommt, rennen wir hier weg, okay? So, komm, hier lang. Hier geht es zwar etwas höher, aber. Lass es mal mit den Fackeln weg, weil. So machen wir uns nicht auf uns aufmerksam. Ja, so, Achtung. Gucken, hier ist Gold. Mitnehmen. So. Ich würde sagen, lass mal weiter hier in die Richtung gehen. Oh mein Gott, da ist ein Spinnennetz. Wo, wo, wo? Oh mein Gott, ist das eine Mine. Das ist, oh, eine Mine. Aber in einer Mine waren Nodob und Halbzwilling, das weiß ich. Ja, aber vielleicht ist da ja noch was. Ja, komm. Vielleicht ist das auch nicht die Mine, wo die waren. Ich glaube schon. Könnte wahrscheinlich sein, aber lass mal gucken. Hier ist noch Gold. Okay, gut. Lass mal mit. Bau mal kurz ein bisschen ein Spinnennetz ab, dann haben wir wenigstens ein bisschen was für Bögen eventuell. Ich habe einen Bogen, der ist zwar ein bisschen kaputt, aber egal. So. Okay. Komm, lass runtergehen. Nach unten. Vielleicht finden wir in den Wänden Dias. Okay, hier ist Kies, hier ist nichts. Hier ist Gold, hier ist Gold. Ach, das schaut nicht so aus. So. Wir brauchen verdammt nochmal Dias. Da haben wir gerade momentan echt ein bisschen weg. Wir sind aber, glaube ich, auch für 16. Bist du bei mir? Bist du bei mir? Komm mit. Oh, hier ist ein Mine-Card. Oh Mann, da ist nur Bullshit drin. Aber wir müssen noch runter. Wir sind auf Höhe 16 gerade gewesen. Warte, ich bin auf Höhe 15. Okay. Warte kurz. Sehst du meinen Namen? Jetzt sind wir wieder 16. Ich bin hinter dir. 16. Ah, gut, gut, gut. So, 16 ist das jetzt wieder. Jetzt kommen wir wieder auf 15 runter. Dann gehen wir hier hinten lang. Oh, ja gut. Aha. So. Huch. Achtung, ich wette, wir finden jetzt Fackeln auf dem Boden. 13. Da sind wir in der Nähe von Gegnern. Ich sag, hier war schon jemand. Wo bist du, Kalle? Hier. Hier. Ah, gut. 13. Komm hier runter, sind wir auf 13. Titanohr. Oh, nice. Aber wir brauchen noch Diamanten. Ja, ich weiß. Oh, noch mehr Titanohr. Nice. Also, kann sein, dass hier teilweise noch keiner war. Vielleicht haben wir eine extra Höhe. Du bist in 30 Sekunden. Oh, was? Schon in 30 Sekunden? Warte mal, Basti, warte. Ich komme zu dir, ich komme zu dir, ich komme zu dir, warte. Okay, komm her. Schnell, ich baue das Titan hier noch ab. Oh mein Gott. Spinne, 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 spinne. Oh, oh, oh. Oh, man. So, zack. Ich habe wieder Titan. So, acht Stück. Ne. Oh, da hinten. Schnell, sammle es ein. Zack. Zack, zack. So, okay, nice. Ist hier hinten noch was? Hier, komm her, ich baue mich hier gerade ein. Ah, okay, okay, okay. So. So, wir sind gekickt worden. Wow, okay, die Folge war jetzt nicht so mega produktiv wie die letzten Folgen, aber was soll's. Aber dafür haben wir eine Mine gefunden, eventuell haben wir da noch ein bisschen Glück. Wir müssen auch immer wieder auf Höhe 11 runter. Ich glaube, wir waren das tiefste, was wir jetzt gerade waren, dort 14. Das heißt, wir haben noch drei runter. Und wir sind mal da, wo wir nicht waren. Das heißt, wir bewegen uns jetzt nicht mehr im Kreis, sondern wir können dann später in eine Richtung wegbauen wieder. Ja. Das ist halt gut. Weil das Problem ist, wir haben ja gesript, meint immer im Kreis. Das ist ja, Diamanten sind ja, glaube ich, auf dem Chunk nur 16 Stück oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das vorkommen ist. Ist halt ein bisschen geringer und da müssen wir halt gucken. Ich glaube, ich weiß ja nicht sogar, ob bei Titan nicht die erste sowieso generell geringer gemacht worden sind, was Dias angeht. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, Leute, das war's heute mit der Folge von Titan 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Wir sind back. Wir wünschen euch Spaß. Auf Wiedergeschauen.